herzlich willkommen bei einer neuen folge wir wollten jetzt hier den bereich erkunden gespannt let's go am besten direkt ich höre geräusche als ob alle das gehört haben hier auf der seite ist nix habe ich mich erschrocken alter schwede noch mehr da unten und einsammeln sehr schön das war knapp zack weg mit euch ihr brötchen ok hier ist die kiste was ist das bitte da geht es nach oben ok da gehen wir erstmal hin guten moinsen mit dir so erstmal alles sammeln was man findet hier ist die kiste so dann haben wir wahrscheinlich nur noch oben da hinten sind kisten ja da oben noch dann gehen wir nach oben durch den aufzug let's go ja brauchen wir die sachen oh party alter schädel oh das war schon sehr gut um einen dezimiert ist das passt nach links ja perfekt ja das da ist eine aschentruhe wunderbar da fehlt noch eine ok drei lager kisten und eine aschentruhe wahrscheinlich da unten ja so wie es aussieht ich habe keinen bock auf schaden sehr gut schrotfilter ausgewählt let's go zack weg mit euch oh ich habe eine drohne geworfen oi nein 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 weg mit dir so seine drohne ich dachte schon schönes dröhnchen gut ist hier noch was ja auf jeden fall und dahinter ist jemand habe ich gerade noch gesehen perfekt jetzt haben wir die aschentruhe alles erledigt und den holen wir auch noch wissen du kollege da in den arsch getreten weg mit dem arsch so gut das haben wir auch erledigt aber hier muss so viel sein eigentlich fahren wir mal da lang wollen wir denn über den theoretisch wäre hier ein aufzug ich bin schneller zack dann was haben wir denn hier auf der seite können wir erstmal hier rum gucken wir ob da irgendwas ist jetzt noch weg mit dir oh shit hier ist nix aber wir können den crusher zerstört zerstört ja den crusher zerkrassen sag mal so machen wir dann zum schluss project dagger machen wir dann zum schluss oh oh das war knapp bisschen kann es nix machen ja den müssen wir erledigen ziel erreicht jetzt go ab zum crusher ein verdammtes crusher nest ich bin bisschen überwütig ich hoffe das funktioniert ok hört ihr das wer ist dort ich dachte schon irgendwer singt hier Komm schon. Weg mit dir. Lecker schmecker. Wer singt denn da? Ist das der Crusher? Ich kann mir schnell vorstellen, dass der sinkt. Okay. Es kann doch nicht sein, dass er nicht explodiert. Okay, jetzt reicht's. So, tschüss. Du auch. Ich bin ein bisschen konzentriert auf das, was der da singt. Mir ist noch nie aufgefallen, dass ein Crusher gesungen hat. Aber das ist doch der Crusher, ne? Schaut's gerne in die Kommentare. Oh, wenn ihr wisst, was das wirklich ist. Hm. Ohne diese Kampfmusik hört man viel mehr, was im Spiel passiert. Sagen wir mal so. Ich seh nix. So, herrgut euch. Ist da gar nix? Hm. Ja, dann kletter ich halt hoch. Mein Gott. So. Wird immer lauter. Ey, voll schöner Gesang. Ich will den nicht töten. Der kann richtig schön sehen. Das ist der. Sorry, aber... Ich muss dich leider töten. Oh. Ui. Raketenwerfer. Neues Skin. Zu Ehren aller Sachen, die du kostenlos, beziehungsweise günstig, von einem digitalen Händler deiner Wahl erhältst. Hm. Ey, schade, dass ich den töten musste. Hm. Traurig, wenn man die ganze Zeit da ist und dann die ganze Zeit singt. Nichts anderes hat, außer den Gesang. Ja. 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 Am liebsten hätte ich ihn adoptiert. Wie seht ihr das? Hättet ihr den adoptiert, wenn der lieb gewesen wäre? Ich meine, ihr müsstet halt eine größere Wohnung kaufen, ne? Oder mieten. Wo sind denn jetzt die Kisten? War das so eine Nebenaufgabe, oder wie? Ach, hier ist das. Gut. Komm schon. Hier oben muss ich hin. Da sind Kisten. Da. Einmal. Da. Hier ist auch so ein... Wie heißen das? In der Dampfwalze. Hier sowas. Ich meine, aber ich habe den schon geholt in der Folge. Deswegen erinnere ich mich irgendwie an die Sache. Aber der hat doch nicht gesungen. Oder konntet ihr euch erinnern, dass irgendwer da gesungen hat? Einer der Crusher. Also ich meine nicht. So. Was hätten wir denn hier noch? Die Sache haben wir erledigt. Hier können wir hin. Das heißt, von hier aus... Fahren wir los. Ja, mein Fahrzeug ist natürlich nicht da. Ist das das, was ich brauche? Ja. Dann haben wir sogar alle Autos. Ist ja in der Nähe einer Handelsstadt. Ja, hier. Für euch ist das ein kurzer Schnitt. Ich bringe das eben zur Handelsstadt. Und dann fahre ich wieder dahin zurück. So. Da sind wir wieder. Wie gesagt, schneller Schnitt. Dann holen wir uns kurz unser Fahrzeug. Und fahren. Hier hin. Ich hatte nur kurz das Fahrzeug weggebracht. Das ist ein BG Burger. Damit wir das in der Fahrzeugliste haben. Und wir haben ja gesehen, wir haben Waffenskin. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Raketenwerfer. Skin wechseln. Hä? Ich dachte... Achso, nee. Der hat gesagt, wir brauchen jemanden, der das handelt, oder? War richtig. Nicht, dass ich mich jetzt vertue. Ich habe elf Dinger. Was können wir denn hier verbessern? Magazin. Werfervisier. Ja, Magazin. Sinnvoller. Ich drücke mal leer. Äh. Töp. Das ist dumm. Pistole. Kampfschotflinte. Hier brauchen wir noch. Also, diese Kampfschotflinte. Explosionsreichweite. Die Reichweite Explosion. Erhöht die Feuerrate von Feuerkugeln. Schüsse ändern die Flugbahn leicht in Richtung Ziel. Ja, das ist, glaube ich, besser. Ah, und Brettlänge. So einen Schritt kann ich nichts mehr machen. Ja. Gut. Dann... geht's weiter. Aber Skins müssen wir anscheinend kaufen gehen. Beim Händler. Die Frage ist, wo? Gun Barrel? Schauen wir mal nach. Hier ist schon mal ein Tunnel. Wo ist man lang? Auch bei der schöne Sonnenuntergang. Was? Wo bin ich hier? Achso, Strongbox Arsche. Okay. Ja gut. Die hab ich ja schon. Dann fahren wir weiter. Noch ein Kilometer. Dann haben wir's geschafft. Weg mit euch. Oh nein! Einer explodiert. Weg mit euch! Wie weit ist das denn noch? Da vorne ist schon wieder die Rennstrecke. Kann ja nicht mehr weit sein. Da ist es doch. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Sehr schön. Banditenunterschlupf. Den fange ich. Okay. Okay. Euch geht's noch gut da oben, oder? Ist das ein Krieg zwischen zwei, oder was? Ui! Da hat einer einen Raketenwerfer. Sehr schön. Das, das, ähm, steckt die anderen Ziele in Brand. Das, also, andere Leute. Das ist also gut. Was willst du? Oh, Rakete. Ja, Matsch, Papi. Zack. Wo ist der mit dem Raketenwerfer? Hä? Wo ist denn der? Okay. Den haben wir. Irgendwelch schießt da hinten weiter rum. Das sieht nicht gesund aus. Da kann man, glaube ich, nicht drin baden. Den geht's auch nicht mehr gut. Da. Kiste. Da oben wird irgendwo geschossen. Hier ist irgendwie nichts drin. Da hinten. Da und da oben drin. Was cool wäre, wäre so Rage 3 und dann kannst du so Städte bauen. Und dann musst du dich halt um die versorgen, rumlaufen, beschützen, sowas halt. Ist schon cool. Ich weiß nicht, ob die das machen. Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr passieren wird. Kann man sich halt nur wünschen. Ob es letztendlich dann kommen wird, ist eine andere Sache. Ist das Fahrzeug? Ah, da hinten. Oh Gott. Mutantennest. Das kriege ich halt noch hin, oder? Wo ist das? Einmal hinten rum? Hä? Also rechts rum. Ja. Wollte gerade sagen. Das Mutantennest, das kriegen wir noch hin. Von der Zeit her. Ach, hier schon. Wunderbar. Och, nö. Ah. Tagchen. Laserfist, Sydney Quickdraw und Lens Havoc. Alrighty, mighty. Dann gehen wir da rein und wen haben wir denn noch? Sandorino. Einfach nur Tony. Hey, den kenne ich doch. Der war doch bei Gunberry unten. Na, Kollege, was willst denn du? Hä? Robbie Black redet mit mir, obwohl ich den angesprochen habe. Hey, Ranger, wir haben dieses Loch hier zugemacht, damit die Mutanten unten bleiben und hier nicht alles auslöschen. Doch, Ranger, oder nicht? Das ist reiner Selbstmord. Aber, falls du dumm genug bist, in deinen sicheren Tod zu knallern, solltest du wissen, dass wir das Tor hinter dir fest verschließen. Und wir werden es nicht öffnen, bis alle Schleimsäcke, Eier und der ganze Scheiß weg sind. Die Mutanten verteidigen ihre Brot mit allem, was sie haben. Sie werden versuchen, dich von ihren Eiern und dem ganzen Scheiß fernzuhalten. Aber, falls du es schaffst, all diesen Glibber zu beseitigen, werden sie das Interesse an dir verlieren und abzischen. Und dann? Aber nur dann lassen wir dich wieder raus. Kapiert? Keine Sorge, ich mach das. Okay, dann loote ich noch ein bisschen, was hier drin ist. Das hier. Da unten, das blinkt. Hier ist nichts mehr. Dem geht es auch nicht mehr gut. Und du quatschst mit mir, obwohl ich mit der da vorne rede? Oh, interessant. Dann gehen wir mal rein. In den Spaß. Oh, grün. Normal, grün. Normal, grün. Mutanten. Ich bin wieder da. Oh Gott. Ich will jetzt wieder fangen. Oh, das war kein Ei. Das ist schon mal gut. So. Ein bisschen meine Drohne spielen lassen. Komm schon. Jawohl. Weg mit euch. Wie viel noch? 26 habe ich. Sehr schön. Ah. Oder? Nee. Hier sind anscheinend keine. Da oben. Die haben wir. Ach du, Gemini. Weg mit dir. Da. Wir fehlen noch. Einer. Okay. Ah, da. Wir haben uns schon. Weil jetzt sind sie alle da. Weg. Okay. Gibt es hier irgendwas zum Looten? Außer die ganzen Gehirne. Nö. Oh, das ist abgeschlossen. Die sind auch alle abgehauen. Ah, da ist er. Tachchen. Laser fest. Du passt auf. Okay. Das ist schon gut. Wen haben wir denn noch? Hier ist irgendwie gar nichts. Da fahren wir mal lang. Da muss ja irgendwas sein. Bisschen Erkundungstour. Das ging auf jeden Fall sehr schnell. Au. Was ist denn der Wicht? So, hier fahren wir lang. Was haben wir denn hier? Ruhiges Örtchen. Old Crow. Ist hier irgendwas? Ah, ne Kiste. Kiste, 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 Kiste. Ganz viel Loot. Ne Computer. So. Ey. Jetzt. Bitteschön. Ganz gern rauskommen. Spielen. Da hinten ist noch einer. Der Garage. Cola Kong Eroberer. Ja gut. Aber wir haben doch jetzt alle Fahrzeuge, oder? Fahrzeuge. Ja. Wir haben alle Fahrzeuge. Wunderbar. Was ist das da oben? Ja, okay. Ne, das verbrauche ich nicht extra. Zack. Alles, was man Mutanten gerne bekommt. Wie abartig ist das? Okay, dann fahren wir mal. Da müssen wir irgendwann eh hin. Ja, die kann man machen, die Aufladestation. Wir fahren aber erstmal hier unten lang. Heute ist dein Glückstag. Du hast die Chance, gegen mich zu fahren. Junge, ich fahre nicht gegen dich. Und du fährst erst recht nicht mit mir. Bleib weg. Ich will meine Privatsphäre. Immer diese Hater. Was ist denn hier? Sind das Bäume, die abgebrannt sind? Ah ja. So wie es scheint. Oh, Tachchen. Ich muss nur eben durch. Da ist ein Turm. Ist ein Zehner? Habe ich mir schon gedacht. Ja, könnte schwierig werden. Den können wir jetzt nicht machen. Den machen wir dann später. Aber wir fahren erstmal hier durch. Und schauen wir erstmal, was es da gibt. Aber interessant, was hier alles so existiert. Komm, wir sind am Rand der Gesellschaft, sag ich mal. Oh. Nicht umkippen. Gibt es einen schönen See? Uiuiui. Voll gegen das Auto gefahren. Perfekt. 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 прилog vor, das kann.